Möchten Sie sich vielleicht vorstellen? Ja, hallo. Anne Geburtzi von der D-Space GmbH und bin dort Prozessberaterin. Sie sind heute auf diese Konferenz angekommen. Es ist der erste Tag. Was ist Ihr erster Eindruck? Ja, es ist mal ein ganz anderes Setting, dass man so an runden Tischen sitzt, in kleineren Gruppen, wo man sich gegenseitig kennenlernt. Das ist immer was ganz Neues. Sonst ist man ja immer am Konferenztisch mit ganz vielen, wo man nebeneinander sitzt. Und hier ist es halt gleich direkt, dass man miteinander spricht und sich austauscht. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Gefühl auch für so eine Konferenz. Und freuen Sie sich schon auf ein bestimmtes Highlight oder hatten Sie schon eine Case Study, die Ihnen sehr interessiert hat? Ich bin gespannt, wie das jetzt gleich mit diesen mehreren Workshops nebeneinander läuft, wo man sich dann für ein Thema entscheidet und wirklich gemeinsam mit den Leuten dann an einem Thema und verschiedenen Fragestellungen arbeitet und so nochmal mehr in Kontakt auch kommt. Das wird bestimmt spannend. Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit. Happy Networking. Dankeschön.